Hier, heute ist nämlich, ist jetzt ganz schwer zu konzentrieren, heute ist nämlich Klimastreik mit Fridays for Future und da machen wir ein bisschen Musik, wir freuen uns drauf. Hey, aber wenn was käme, wäre es schon gut. Hey, hey, yeah. Wir kommen im Backstage-Bereich beim Klimastreik, hier ist alles so ein bisschen self-made, aber das finden wir ziemlich charmant, wir sind ja auch so ein bisschen self-made. Tschüss, 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 Aber auch mit dem Schösch hier. Ich find's super. Fridays for Future hat uns sehr spontan gefragt, ob wir am Freitag auf der Demo dabei sein wollen. Und da wir so kurzfristig nicht die komplette Band zusammentrommeln konnten, waren es dann letztendlich nur Jens und ich. Wir wollten aber unbedingt dabei sein. Obwohl einem als Band ja immer geraten wird, sich politisch nicht zu positionieren, sind wir der Meinung, dass die Forderung nach einer effektiven Klimapolitik Überlebensstrategie ist. Vor allem für die junge Generation und dass es die Aufgabe ist von Kultur und von Musik auf Missstände und auf Dinge, die geändert werden müssen in der Gesellschaft, in der Politik, aufmerksam zu machen. Fridays for Future hat dafür gesorgt, dass die Klimabewegung inzwischen wirklich im Mainstream angekommen ist. Also es waren bei Weitem auch nicht nur junge Leute auf dieser Demo, sondern eigentlich alle Altersgruppen. Da waren Papas dabei, Mamas, Omas, Opas und darüber haben wir uns riesig gefreut. Und wir haben uns natürlich auch riesig gefreut, ein Teil davon sein zu können. Unser neues Album, das im Oktober kommt, heißt Wildfire, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Unser Titeltrack geht um den Klimawandel und wir haben, glaube ich, wie alle Menschen um uns herum in unserer Bubble extremen Respekt vor dem, was da kommt und wollen unseren Beitrag leisten und wollen aufmerksam machen, weil wir finden, jetzt zählt's. Am Sonntag ist Bundestagswahl und diese Bundestagswahl ist Klimawahl. Das war mal ein Urlaub, aber ich geh heute die Straße.